. Ja, hier bei mir. Das erste Abteil wieder, ja? Oh Gott, sei Dank. Ich dachte, der Tag nimmt überhaupt keine Ende. Liebling? Tut mir leid, aber Liebling ist schon kassiert. Wir machen jetzt auch eine Reise. Nicht so weit, wie Sie es vielleicht vorhatten, aber dafür wird sie sehr viel länger dauern. Vielen Dank.